Hallo meine lieben Leute, wie ist der DRAG seit ich heute am Start? Jetzt mal nicht mit dem Computer aufblick. Und zwar schon, hier hätte ich sogar sehr was. Und zwar, mir ist irgendwas Interessantes passiert. Ich schau mir ganz kurz, wir haben hier zwei Schlüssel an und das klappe ich. Bis gleich. So, jetzt habe ich die zwei Schlüsse gekannt. Und zwar. Wenn ich schon mal noch mal erwerben kann, dann zeige ich euch was das aussieht. So, da bin ich wieder. Das ist die Mini Mystery Box. Und guckt euch die Preise an. Es gibt vier Preise. Wenn man die kommt, hat man ein bisschen Pech. Aber guckt euch dann nur her. Ab zu Türkis, Scorbuster. Ich schreib, nein. Erstens Scorbuster bekommen wir in Ki. Wisst ihr wie oberart das ist? Was bekommen wir? Oh, wir haben Pech. Wir haben sowas mit Pech. Okay, ist egal. Wir haben mittlerweile vierzig. So. 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 So, wir haben jetzt computer gosh, weil es jetzt nicht mehr so krank hat. Bitte fragt mich einfach nicht. Heute kommt auch noch eine Folge angespielt und zwar SmackWord wurde mir vorgeschlagen. Schön. Ich will nicht. Ich habe auch eine Goldfolge gesammelt. Ich will nicht. Alles. mach. Ende es. Kicit. Bis zum nächsten Mal. 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 Das ist ja dann! Das war ein sehr guter Abschluss!